Hinzuverdienstgrenze, Altersrente fällt 2023 weg. Muss ich als Rentner irgendetwas tun? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Also auch hier haben wir wieder eine Anfrage bekommen zum Thema Wegfall der Hinzuverdienstgrenze zum 01.01.2023. Wir wissen ja nun alle, am 01.12.2022 hat der Gesetzgeber im Bundestag entschieden, die Hinzuverdienstgrenze bei vorgezogener Altersrente wird zum 01.01.2023 ersatzlos wegfallen. Nun gibt es Menschen, Rentnerinnen und Rentner, die im Jahr 2022 noch neben der Rente gearbeitet haben und mehr verdient haben als die 46.060 Euro. Und dann wird dieser Mehrverdienst, der über der Grenze liegt, zu 40% an die Altersrente angerechnet und die Menschen erhalten dann oder die Versicherten erhalten dann statt einer Vollrente eine monatliche Teilrente ausgezahlt, Teilrente wegen Anrechnung, Hinzuverdienst auf die Rente. So, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was passiert dann zum 01.01.2023? Muss ich jetzt irgendwas tun? Muss ich die Rentenversicherung anrufen und sagen, ey Leute, bitte passt mal auf, zum 01.01.2023 fallen die Hinzuverdienstgrenzen weg, bitte ändert mal meinen Rentenbescheid. Nein, das müssen sie eigentlich nicht tun, weil wir eine Vorschrift haben, die sagt, das ist der Paragraf 100 Absatz 1 Sozialgesetzbuch Nr. 6, die sagt uns, dass sich bei einer Änderung oder ändern sich aus tatsächlichen und rechtlichen Gründen die Voraussetzung für die Höhe einer Rente, nach ihrem Beginn wird die Rente in neuer Höhe von dem Kalendermonat angeleistet, zu dessen Beginn die Änderung wirksam ist. Und wir haben es ja hier mit einer gesetzlichen Rechtsänderung zu tun. Und diese Rechtsänderung beginnt tatsächlich taggenau am 01.01.2023. Damit fällt ab 01.01.2023 die Einkommensanrechnung oder Hinzuverdienstanrechnung, so wie wir es exakt sagen wollen, an die Altersrente aus rechtlichen Gründen weg. Insoweit muss die gesetzliche Rentenversicherung, ihr Rententräger, dann einen neuen Rentenbescheid erlassen und ihnen die Altersrente als Vollrente auszahlen. Da ich mir aber nicht so wirklich sicher bin, ob die Rentenversicherung dann auch zügig arbeitet und das dann auch umsetzt oder sie nicht vielleicht sogar vergisst und aus rechtlichen oder aus anderen Gründen, die ich jetzt nicht kenne, dann sagt, nee, warum hast du denn keinen Antrag gestellt, empfehle ich zur Absicherung, stellen Sie einfach noch in diesem Jahr nachweislich einfach einen entsprechenden Vollrentenantrag, wenn Ihre Altersrente wegen Hinzuverdienstanrechnung im Jahr 2022 als Altersteilrente gezahlt wird. So sichern Sie Ihre Ansprüche ab und sichern auch ab, dass Sie ab 2023 Ihre Altersvollrente ausgezahlt bekommen. Aber passen Sie bitte auf, wer in einem Verdienstverhältnis ist, der sollte auch darüber nachdenken, ob er nicht eventuell zum 01.01.2023 nicht trotzdem eine 99% Teilrente beantragt und einfach sagt, ich möchte die nur zu 99% haben. Der Grund ist relativ einfach. Mit einer 99% Teilrente sichern Sie sich noch Ihre Krankengeldansprüche ab, denn mit einer Vollrente haben Sie bei einem normalen Arbeitsverhältnis grundsätzlich keinen Anspruch auf Krankengeld, wenn die sechs Wochen Entgeltfortzahlung vorbei sind. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.